hey leute Machen wir mal weiter Dankeschön Mal sehen was jetzt hier abgeht im Badehaus Das Wasser ist immer noch heiß Moment Moment Gryphon? Ah ein Knoten Moment 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 Ow. Nope. Stop it! Stop it. No way. You better run for it. Good luck. No way. Konflikt resolved. Das ist aber eine Tue drin. Oh! Junge Cloud, was ist passiert? Junge Cloud, come on! I'm okay. Tom! Tom! Up ahead. You have to catch Hollander. And Geo is waiting for you. Hmm. I'm sorry I'm of no help. I'll rest here. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry I'm sorry to catch you. I'm sorry. Ich meine, ich habe Ice Magic, aber... Und ich habe genau das Richtige dabei. Die Steam hat stopped. Activating Combat Mode. Brace yourself! Oh yeah! Oh yeah! Resolved! Oh yeah! Oh yeah! Noink! Oh yeah! Das ist ja noch Terriganszeit. Haha! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Resolved! Oh yeah! Was ist das? Das sollte ich sein. Ich sollte mit Genesis sprechen. Ja. then why'd you send me to prepare you for your next fight have you lost it Junge someone's waiting for you know Angeel, don't do this very good Angeel it is time to exact vengeance for our family suffering what? you are daddy? what? fine then do it for your mother my mother's shame made her take her own life what the fuuuuck shame how terribly misguided she should have been proud proud that she was the namesake of our experiment project g or should i say project jillian what? don't see her name jillian the woman implanted with jenova cells genesis who had her genes mapped onto him during the fetal stage yes genesis was a failure i'll admit it but you you angeel you were actually bred inside jillian's body what the fuuuuck you you are perfection zach i am perfect a perfect monster my cells can absorb genetic traits and pass them along to others a two-way conduit jenova's power has passed on to you completely zach do you remember what i said about our enemy being all that creates suffering yeah but you're not one of them but i created my own suffering zach let me show you stop it you don't know what you're doing okay btf damn can i just drive one sample what and Geil! Wir wollen das. Einfach um Omega Weapon vorzustufen. Angeo-Beatser Gat 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 Ha Gat 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 Ist das der Ende? Nein, nicht wenn ich es kann. Okay, du dodgedest. Okay, ich habe ihn. Ich habe ihn. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das tut's aber langsam weh. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich will try at least. Okay. Das war's für heute. They called for backup. Sorry. Sorry. Okay. 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 Das war's. Show me the true power of soldier. Da habe ich hier. Find your own business. Oh, da ist ein Buch gekauft. Wow. Wie jetzt? Das ist was neues zu lesen, meinst du? Genau. Zeit haut nach unten, als er nix hier. Au. Au. BAM. A big bite. BAM. There we go. This is for you. Protect your honor. Always. Embrace your dreams. If you want to be a hero, you need to have dreams. And honor. Hey, Zack. The sky is closer in the city above, right? Kinda scary, but the flowers might like it. Maybe. It's a big part of the sky. I don't want to go, Dad. The sky. The sky is closer, and the sky is größer. We're about to go. We're about to take the sky for our friends. We're going to have time for our bodies to be here. We're about to be here. We're about to go. So hat Sirk das Schwert bekommen, das passt das Wort. So, you want to be in soldier? Hang in there. So, is everybody here now? Sir! You're all rookies, right? Sir! Yes, sir! One piece of advice. No, an order. Sir! Embrace your dreams. And, whatever happens, protect your soldier honor. Got it? Sir! We're all coming back here alive. You hear me? Let's go. No, 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 no. Also, schneller lesen. No, 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 no. But none of them ever mention Angeal. Or Genesis. Not a whisper. Almost as if they never existed. Is that how little soldier is worth? What exactly do I have left to fight for? Or... What is... Soldier Honor? The beach. Costa del Sol. Yeah. Ah. 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 Oh my God. No. What is this? Are they... putting me out the pasture? You could use some R&R. Oh no. Oh no. That's it. I'm calling them. Der Direktor Lazard ist nicht in. Er hat sich seit einigen Zeit verloren. Es war Lazard, der die Holländer Forschung finanzieht. Er hat die Firma Geld benutzt. Bist du wirklich? Wir interagieren Holländer, also sollten wir später lernen. Was ist mit ihnen? Leute, was denken sie alle? Die Wahrheit liegt in jeder Person. Aber sogar die Wahrheit scheint zu spät. Wenn sie ihre Sprache verlassen. Sisnay, mach mal etwas. Ere? Wie wissen Sie das? Am ich zu sehen? Nein, sie ist diejenige. Diese Frau ist eine Ange. Die einzige, die in der Welt ist. Sie wusste nicht? Sie... nie sagte nichts. Die einzige... die in der Welt ist, oder? Sie ist eine Art. der Timingzeit. Heads up! Genesis-Kopys! Let's go! Endlich mal wieder was zum Kämpfen. Wat?! Genesis-Kopys? Hier? Wir aktivieren den Kampf-Mod. Mind und Körper. Zusammenfassung ist ein. Also, was denkst du? Sehr gut, oder? Rein deinen Namen, dann zählst du von dieser Waffe. Ich kaufe immer mit Geschirmen, Leute. Hey, mal hier einen. Wunderschönen guten Abend. Wie geht's euch beiden? Ich bin gerade im Urlaub. Ja, ich bin jetzt auf Feuer. Und kämpfe mit einem Sonnenschirm. Konkret geschlossen. Der Schimpf ist gefährlich. Damit kann man Augen auspiksen. Wenn ich dann noch spiele, denke ich immer an den Sonnenschirm. wie man Leute verklappt. Ich weiß jetzt warum. Hä? Und? Ein Berg von Säulen zirkelt den Planeten. Vielleicht ist auch auch Genesis' Säule. Kontrollen Kopien aus dem Lifestream? Ist das das, was du sagst? Einfach eine Überraschung. Auf jeden Fall. Ihr Urlaub ist vorbei. Komm mit mir. Junon ist unter Attacken von einer unbekannten Kraft. Junon? Pieks, pieks. Das tut weh. Ach, hier. Nord-Junon. Wo die Parade war. Panzerschwerthaltung. Jetzt er sagt, dass Panzerschwert schwingt, kann er im Austausch gegen FP eine Kampfhaltung einnehmen, der Angriffe blocken kann. In eingenommener Kampfhaltung wird das Kommando Angriff durch Schwertwirbel ersetzt und Zack kann durch den Einsatz von Fertigkeiten mehr Schaden verursachen. Außerdem schreckt Zack bei gegnerischen Angriffen dann nicht mehr zurück. Necro Sub-Spirit. Jetzt, da Zack das Panzerschwert schwingt, erhält er den Effekt Necro Sub-Spirit. Jedes Mal, wenn Zack ein Gegner durch Angriff oder Fertigkeiten besiegt, wird durch Necro Sub-Spirit eine kleine Menge MP und FP wiederhergestellt. Puuuah. Puuuah. Klaut, Junge. Was ist beim Schraublog machen? Wow, Level 5, Beteor, schau alles, go, du bist so tot. Bäh, Junge. Bäh. Ist ein paar Urlaub am Strand machen gehen, aber da, wo es warm ist, hoffentlich. Es ist nicht vorbei, ist es? Wir werden die Residenz evakuieren. Du werfst, um den Hollander zu beschweren. Ich steu den Hollander? Du musst mich nicht auf der Bordelstelle? Hollander hat top secret information. Der Präsident sagt, er ist Priorität 1. Mit Direktor Lazard absen. Die Soldatenkommandung ist schäflich. Dafür muss man Türk sein. Die Soldaten hat die Schraubliebe. Zack, du bist der einzige, der kann freiwillig werden. Du musst auf der Hollander. Hollander ist auf der 8. Läufe, in Upper Juno. Use den Schraubliebe, um auf die Schraubliebe zu gehen. Es ist am Ende dieser Weg. Zack, wir brauchen das. Er ist noch nicht unterbrochen. Er kann nicht in die Hand von Schraubliebe. Okay, ich gehe. Oh, Blocken macht jetzt mehr. Dunkelfolger. Wirbelattacke plus Hochsprung. Dafür muss man erstmal Hochsprung haben. Schwarzkunst, Graviga plus Analyse. Also Graviga ausrüsten. Let's see. Wait, was machen wir nochmal dafür? Rauben, there we go. Ich wünschte, ich hätte noch mehr TP. Ich könnte diese ganzen Megatränke opfern, um noch viel mehr TP zu bekommen. Let's do it. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Gifte Puls. Oh, es ist dieser Level 5 Apalypse, denn du? Das Okay Au, 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 au Das wurde über ein Zelt gesehen, Kappa Verschiedene Zelte Oh, okay Der Bauermut wird zerstört, gerade Oh, man Oh, yeah There we go Zabitra Zabitra Severity Broken langsam Ja, es gibt hier keine Schatztruhen Au Naja, wir sind Broken Also Also Es gab kurz Des Hauses Hö Ich finde das neue Features richtig nice, seitdem wir das Buster Sword haben, 80% Äh Die Fertz sagt was richtig geil, Wolfclaw Gaming, was ich genau Moin Na, ist klar Wie geht's hier? Kapitel 7, naja, also geht gerade ab Also ich habe das Game zwar mal damals 2008 auch selber irgendwann gespielt, ich kann mich aber nicht mehr erinnern an fast nichts außer das Ende so ein bisschen Das ist eine sehr nette Re-Experience aktuell Auf jeden Fall bin ich jetzt Broken Die geht's bestens, nice Ja, bei mir ist auch alles klar soweit, ich bin wieder ausgenüchtert und ähm, genieße Final Fantasy Crisis Come Hard Mode Okay Wie sieht's denn mit meiner Dunkel-Eis-Gas bald fertig gelabelt? Aktivieren Combat Mode Du machst erstmal Normal Hard Mode? Ja, Hard Mode, Hard Mode immer Immer auf Challenge Okay Du machst erstmal Normal Bei so Final Fantasy Games gerne mal den Hard Mode Bei so Final Fantasy Games gerne mal den Hard Mode Glück Smarko needs also wenn man wenn man getroffen wird kriegt man dementsprechend viel schaden wenn man nicht gerade auf die fans ist aber wird auf jeden fall stark bestraft spielst du das game zum ersten mal oder hast du es auch schon mal damals so psp gezockt bei den 14 jahren sind ist halt alles weg alles relevante zumindest oder alles was weniger relevant ist besser gesagt nein Junge, mute mich. Au. Wir haben richtig hohe Defense. No. Wir haben richtig hohe Defense. Natürlich. Hier, da. Oh ja! Das vielleicht kommt mit dem Kampf ist hier nicht so klar. Ja, das ist halt Gewöhnungssache, würde ich sagen. Also, ich sehe hier Point, dass man vielleicht länger braucht damit Malia, aber ich habe schon so viele Games in mein Leben gezockt, dass ich es ziemlich gut adaptieren bin, was Spielmechaniken angeht. Es war Eigenlob, aber es ist halt einfach die Wahrheit. Und deswegen mache ich immer gerne Hard Mode. Profi. Profi. Professional Gamer sozusagen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich gebe dir eine Hand mit den Blumen. Ich gebe dir eine Hand mit den Blumen. Ich gebe dir eine Hand mit den Blumen. Nein, das ist okay. Es ist okay. Die Blumen? Ich gebe dir eine Hand mit den Blumen. Ich sage nicht. Ich sage nicht. Ich sage nicht. Sie wollen nur mit meinen Blumen. Ich sage nicht. Ich sage nicht. Sie wollen nur mit meinen Blumen. Schau dir. das hier, wenn ich etwas gemeistert habe, dann wechsle ich das sofort aus. Graviga macht 50% TP-Senkung. Pretty good. Also ich hätte auch durchaus mehr Probleme, wenn ich mir meine Items nicht wie das hier auf Ice-Car gemacht hätte. Ice-Car macht halt 4k Damage. Das ist schon ziemlich gut. Panzerschwert Geschicklichkeit 0,06%. Ja, 0,06% das ist schon mal ziemlich viel Kappa. Dementsprechend lohnt sich einfach auch mal nachzuschauen wie das hier. Ich kann Regina killen und dafür einfach Vitaga machen, aber Vitaga kostet 26 Mana. Let's do it anyways. Und wir machen denn On Top Mana drauf und das sind einfach 110% und 110% mehr Mana ist äh, pretty good. Good. 710% Mana On Top. Ey, wie geil ist das? Wie viel habe ich jetzt? 333. Nice. Tja, ist ausgerüstet. Jetzt frage ich mich, ob ich aus Dunkel... Dunkeleisgar... Ah ne, das ist ja gar nicht. Okay, aus Dunkelfeurer könnte ich mir aber zumindest ein Folger machen. Ne Folgerklinge? Hm. Ne. Dunkelfeuer ist besser, ey. Almosen? Kann Gegner mit Geld bewerfen? Ich will das nicht. Ich mag das nicht. Auch wenn es sich witzig liest. Sehe ich genauso Kappa. Puh! Bin da weiter im Lurk. Bei dem Spruch konnte ich nicht widerstehen. Direkt aus Lurk rausbeschworen. Zustandsschutz. Hm. Müsst ihr mit Leben, Leute, ey. Ja, müsst ihr mit Leben. Ah, kann man Dunkelfeuer daraus zaubern? Gibt es hier noch irgendwas? Außer Dunkelfeuer? Nö. Denn? Sternenhänger? Anhänger? Dunkelfeuer? Easy. Ich bin sympathisch. Ich bin sympathisch. Da freut sich Bibi direkt. Keine Sorge, dafür bin ich denn in Mario Kart nicht so gut. Mario Kart zocken wir morgen. Dann finde ich denn mehr als genug. War das fein. In Mario Kart will man auch nicht mehr als ein Casual sein, sonst ärgert man sich nur. Aktivieren den Kampf. Bringt es an! Wir können nicht mehr als ein Und wieder ran. Wir können doch zurück. Man geht in den Game aber am Hard-Mod auch schnell genug Game Over dementsprechend dann mal verkackt. Uuuuhh. Guck das gerne, ey. Graviger echt Broken mit den 50% max HP Damage. Guck. Guck.